an der stelle wollte ich mich auf jeden fall noch mal kurz bedanken für eure mega mega krassen support für die donations und die ganzen bits neuen follows und natürlich für den aktiven chat bisher dankeschön für diese tolle unterstützung wir sind super dankbar dafür und hoffen natürlich dass euch das projekt mit dir die gummi sehr gut gefällt und ja für eine nächste fortsetzung wünschen wir uns natürlich vielleicht noch ein paar weitere spenden darüber würden wir uns sehr freuen das hilft uns auf jeden fall das ganze noch mal für die zukunft realisieren zu können und dann vielleicht auch vielleicht ein bisschen mehr essen für die regie zu besorgen wink wink an die regie so das so am rande aber wie ihr seht bin ich hier nicht alleine erschienen sondern mit sensi kamen kann super gut japanisch und bringt uns heute ein paar wertvolle vokabeln bei die wir vielleicht sogar für japan oder gut gebrauchen können ich bin auf jeden fall gespannt was wir lernen werden und was ich lernen darf und karin magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen so für alle die heute morgen nicht dabei waren und dich vielleicht noch nicht kennen also für die neu zugänge hier ich bin karin ich bin ein mitglied der video gruppe peterpatt und ich streame alles mögliche zum thema japan also kleine japanisch kurse meinen kleinen japan stammtisch genau und deswegen freue ich mich heute zu sehen was ich euch so in knapp 25 minuten ungefähr vielleicht so mitgeben kann für den nächsten oder vielleicht sogar ersten japan urlaub also ich kann das gucken war noch nie in japan okay dann wird es aber zeit und zwar tomoko dann weil du ja eine maid bist habe ich mir überlegt dass ich heute ein paar phrasen redewendungen nicht redewendungen am ausdrücke euch mit an den weg gebe euch allen die ihr im restaurant oder in einem café zum beispiel verwenden könnt denn wenn man nach japan fliegt dann möchte man unbedingt 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 lecker essen und genau wenn man dazu ein bisschen sich auf japanisch verständigen kann dann ist das gleich noch eine ganz andere erfahrung und wollen wir direkt loslegen das ist doch schon mal gut so der erste der erste ausdruck der euch da wahrscheinlich allen in japan begegnet wird ist ein lautes das heißt im grunde einfach nur herzlich willkommen und das sagen die leute zu euch wenn ihr ins restaurant geht also nicht wundern zum beispiel in in sushi restaurants habe ich das schon oft mitbekommen da sind die manchmal sehr enthusiastisch also auch wenn ihr ein bisschen angebrüllt wird keine sorge ihr werdet nur ganz herzlich willkommen geheißen also das sei masse willst du es mal versuchen tomoko und ihr wollt dann vielleicht einfach mal hallo sagen oder so deswegen möchte ich euch ein paar grüße mit auf den weg geben das ganz klassische hallo beziehungsweise guten tag ist konnichiwa ich werde ich werde einfach nur kawaii sagen die ganze stelle voll süß so wenn es eher in richtung abend geht also für guten abend sagt man konbanwa konbanwa herz 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 für diese für das süße vorlesen mein gott ich bin ein bisschen bisschen gestresst heute gut 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 ich habe das gefühl ich ich mache das hier ein bisschen schnell aber wenn wir am ende zeit haben dann können wir vielleicht auch ein zwei fragen zum thema japanisch lernen beantworten und deswegen machen wir direkt weiter mit guten morgen das wäre einmal ohayo gozaimasu jawohl das funktioniert doch ganz hervorragend okay sind wir schon bestens gewappnet dafür und wenn es ein bisschen schnell ist was ich mir vorstellen kann dann gibt es das archiv ja das wort gibt es ja mit sicherheit danach noch also wer das ganze noch mal wiederholt haben möchte einfach nachher noch mal mit vorbeischauen so dann haben wir konnichiwa konbanwa ohayo gozaimasu und dann werdet ihr wahrscheinlich gefragt sowas in der richtung wie nanmeisama desu ka das bedeutet für wie viele personen also für wie viele personen braucht ihr brauchst du denn einen tisch nanmeisama desu ka und das kennt man vielleicht aus anime dieses summer das ist natürlich eine sehr höfliche art dann eben den kunden bzw den den gast anzusprechen und hier hatte ich auch eine kleine notiz ich hoffe man sieht sie ihr dürft niemals sama für euch selbst benutzen niemals für euch selber also wenn ihr so angesprochen werdet im laden ganz normal perfekt aber bitte nicht von euch selbst sagen dass ihr selber samma seid das wäre ganz wichtig also zum beispiel okiyak sama ist dann der der kunde oder der gast im restaurant zum beispiel und als antwort darauf könnt ihr dann sagen wenn ihr gerade alleine unterwegs seid in japan könnt ihr sagen histori des histori des ja super 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 und wenn es mal nicht so klappt oder wenn euch das wort nicht einfällt so viel englisch geht dann meistens noch oder ihr zeigt einfach einen finger nach oben kein problem so kann man sich auch verständigen für zwei leute hätten wir tari des tari des tari des jawoll und wenn ihr zu dritt unterwegs seid san nin des jawoll wunderbar wunderbar klappt das also die frage nan meisama desu ka dann könnt ihr zum beispiel sagen histori des tari des san nin des und noch mal die notiz sehr wichtig nicht irgendwie histori summer oder so weil ihr seid der kunde und der kunde ist könig bitte nicht das wäre das wäre sehr unhöflich den armen leuten da gegenüber okay so und dann seid ihr in dem restaurant in dem café wo auch immer ihr habt die speisekarte vor euch und in vielen restaurants in japan ist das so dass auf der speisekarte dann auch bilder von den speisen sind also es ist sehr sehr einfach sich da was leckeres auszusuchen und dann kann man zum beispiel einfach drauf zeigen und sagen das hier bitte und um das zum ausdruck zu bringen kann man zum beispiel sagen das was ihr haben wollt und wir nehmen einfach als beispielsatz mal das mit kore wenn ihr kore sagt und auf irgendwas drauf zeigt dann sagt ihr im grunde nur das hier also ihr seid im sushi restaurant und da ist gerade ein mega leckeres ich weiß nicht kappamaki tamagomaki irgendwie sowas jetzt zeigt einfach drauf und sagt dann den koreobecuen und koreo koikoos zu제 codasay koreo das hier ksitotsu bedeutet eins ein Stück sozusagen, könnt ihr aber für alles Mögliche verwenden. Und kudasai, so viel wie gib mir das bitte sozusagen. Und in diese Punkte, die ich hier als Platzhalter sozusagen gemacht habe, da könnt ihr alles Mögliche einfügen. Das kann der Name des Gerichts sein, das kann ein Getränk sein. Ich habe als Beispiel einfach mal Beef Curry und Melon Soda genommen. Zum Beispiel Beef Curry. Oder Melon Soda Dazu sei gesagt, das Zählen im Japanischen, das ist ein bisschen schwierig, denn neben diesem gibt es ganz, ganz, ganz viele Endungen. Je nachdem, was das zum Beispiel für eine Art von Gegenstand ist, den ihr zählen wollt. Also es gibt verschiedene Endungen für flache Gegenstände, für lange Gegenstände. Aber generell, gerade in Restaurants oder wenn die ja sehen, okay, ihr seid nur zum Urlaub hier, ihr könnt für alles einfach, einfach Hito zu sagen. Passt schon. Kein Problem. Versuchen wir es, ja. Versuchen wir es einmal noch mit, oder vielleicht irgendwas Süßes. Tomoko, du magst süße, süße Speisen und so, genauso wie ich, glaube ich. Ja. Ähm, was könnten wir nehmen zum Beispiel? Melon Pan. Melon Pan. Wunderbar. Genau, Melon Pan ist einfach Melon Pan o hitotsu kudasai. Melon Pan o hitotsu kudasai. Super, 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 super. Es war nicht super perfekt. Go bene. Alles gut, alles gut. Es ist auch meine Erfahrung in Japan, ähm, wenn man sich einfach die Mühe macht, überhaupt auf Japanisch zu reden. Die sind so begeistert. Das freut die richtig. Also, und wenn man dann noch so eine Süße ist, wie die Tomoko hier, dann sind die hin und weg. Das garantiere ich dir. Arigato. So. Ähm, wenn wir jetzt noch nicht eins haben wollen, sondern zwei oder drei zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel mit Freunden unterwegs bist und ihr seht irgendeine Speise auf der Karte und denkt euch, boah, das sieht so lecker aus, das wollen wir alle haben, dann könnt ihr auch wieder dieses kore wo kudasai nehmen und statt hitotsu für eins dann zum Beispiel futatsu. Also, kore wo futatsu kudasai. Oder für drei Stück sozusagen. Kore wo mittsu kudasai. Versuchen wir mal nochmal. Ähm, hitotsu. Ah, kore wo mittsu kudasai. Ah, boi. Dann für zwei. Futatsu. Kore wo futatsu kudasai. Kore wo futatsu kudasai. kore wo mittsu kudasai. Yes. Eins mit Sternchen für Tomoko. oki doki. So, dann haben wir jetzt unser Essen bestellt und hoffentlich kommt es sehr, 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 sehr bald an und dann kommt jetzt eine, ähm, ein Ausdruck, den viele von uns bestimmt kennen, nämlich itadakimasu. Itadakimasu. Schon mal gehört? Ja. Das klingt schon, das klingt schon wie aus einem Anime oder so. Definitiv schon mal gehört, das merkt man. Ja, das ist, ähm, das ist ein komischer Ausdruck, also es heißt nicht wortwörtlich übersetzt irgendwie guten Appetit oder so, das ist eher so, ähm, man, mit itadakimasu sagt man sozusagen, man akzeptiert jetzt diese, äh, man akzeptiert jetzt dankbar diese, diese Speise oder auch dieses Getränk meinetwegen, das man jetzt vor sich hat. Itadakimasu. Aber, ähm, es fühlt sich immer ein bisschen so an, denke ich, aus deutscher Sicht, wenn man, als würde man sagen, guten Appetit. Ja. Itadakimasu. Yes. Das ist das Allerwichtigste. Da fühlt man sich, ich weiß nicht, als ich das zum ersten Mal wirklich in Japan gesagt habe, ich kam mir vor wie, wie in einem Anime. Kann ich mir gut vorstellen. Und, so, ihr seid, äh, ihr seid also gerade alle lecker am Essen, aber es kann sein, dass man dann in dieser Zeit mal, mal für kleine Mails muss oder für kleine Vampirmäidchen oder so. Und deswegen, ähm, muss man dann vielleicht, ähm, die Mitarbeiter in dem Laden, äh, kurz um Hilfe bitten. Und um einfach mal kurz zu sagen, ach, Entschuldigung bitte, sagt man, Das ist, ähm, äh, das ist ein bisschen, also, das kann so ein bisschen, ähm, ja, gerade am Wortende manchmal, das klingt so ein bisschen aus, aber, was ich noch sagen kann, ähm, wenn das ein bisschen schwierig ist, ähm, manchmal wird auch das erste M so ein bisschen verschluckt und dann klingt das eher so wie Also wenn das mit dem, wenn das ein bisschen, äh, schwerfällt mit dem ersten M zum Beispiel oder wenn die Sprache manchmal einfach ein bisschen so verwischt, das ist kein Problem. Also ihr werdet das schon verstanden, keine Sorge. So. Und wenn ihr jetzt die Aufmerksamkeit, ähm, des Kellners oder der Kellnerin zum Beispiel habt, äh, dann könnt ihr euch zunächst das mal fragen, Toire ist die Toilette. Das kann man sich auch ganz gut merken. Das fängt ja gleich so an. Doko heißt, äh, wo und deska ist, um eine Frage zu stellen. Toire ist die Toilette. Toire ist die Toilette. Das kann man sich auch ganz gut merken. Das fängt ja gleich so an. Doko heißt wo. Und deska ist, um eine Frage zu stellen. Also, Toire ist die Toilette. Und vor allem für den Urlaub, äh, den man so beigebracht bekommt. Ähm, ist nicht immer die natürlichste Art, es vielleicht zum Ausdruck zu bringen. Aber das Wichtigste in dem Moment, glaube ich, ist, dass ihr verstanden werdet. Und, ähm, sollte euch mal die Grammatik irgendwie entfallen, ihr könnt auch einfach Toire oder so sagen. Und dann, ähm, denke ich, wissen die, was gemeint ist. Also, ähm, da einfach keine Angst haben im Japanurlaub. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn die Leute sehen, dass ihr euch die Mühe macht, die sind euch schon so unglaublich dankbar. Und es ist einfach, für mich zumindest, ist es immer ein tolles Gefühl, ähm, auch die Sprache des Landes wirklich anwenden zu können. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Und, jup. So, wir sind eigentlich auch schon, äh, am Ende des Restaurantbesuchs. Ähm, also, wenn ihr, wenn ihr fertig seid und ihr habt keine Fragen, Wünsche und Anträge mehr, ähm, dann ist das in Japan mal so, mal so. Also, oft ist es so, dass eure, ähm, eure Rechnung quasi schon am Tisch liegt und ihr nehmt die dann nur noch und geht zur Kasse und dann könnt ihr, könnt ihr da bezahlen. Ähm, sollte das aber mal nicht der Fall sein und ihr wollt, ähm, signalisieren, okay, ihr seid jetzt bereit zu zahlen und zu gehen, dann könnt ihr noch mal Semimasen sagen. Und ihr dürft das in Japan auch, ähm, ich weiß nicht, ihr dürft das in Japan relativ laut auch, ähm, durch den Laden rufen. Da hat man vielleicht als Deutscher ein bisschen Hemmungen, also, oder vielleicht geht das nur mir so, ich weiß nicht. Ich bin dann oft jemand, ich, ich warte dann und ich, ähm, bis jemand vorbeikommt und ich such dann irgendwie Blickkontakt, so, ähm, hier bitte, ähm, Zahlen oder so. Aber, ähm, in Japan müsst ihr das nicht irgendwie so zurückhalten machen. Also, ihr könnt einfach, äh, sagt einfach, Semimasen, vielleicht, vielleicht die Hand ein bisschen heben oder so und dann, ähm, haben die heute volle Aufmerksamkeit, äh, habt, ne, habt ihr die volle Aufmerksamkeit, ach Gott. Ich merk schon, das mit, mit Deutsch funktioniert heute nicht mehr so. Ich finde das toll. Ah, Tomoko. Okay. Das letzte bisschen schaffen wir auch noch. So, wenn ihr jetzt also, ähm, die Rechnung haben wollt, dann sagt ihr, Okai-ke, o-nega-i-shimasu. Also, okai-ke ist die Rechnung und o-nega-i-shimasu, ähm, ist so ein bisschen, ist so ähnlich wie kudasai und das ist quasi, ähm, ich, ich bitte darum. Also, okai-ke, o-nega-i-shimasu. Okai-ke, okai-kei? Aike. Ah, okai-ke, o-nega-i-shimasu. Jawoll. Genau. Und dann bringen die euch, äh, bringen euch eure Rechnung. Ihr könnt dann nochmal schauen. Stimmt alles? Ähm, wahrscheinlich schon. Die sind dann Japan sehr genau mit sowas. Und dann nehmt ihr das einfach und ihr geht, äh, zur Kasse. Da meistens ist das direkt, ähm, da, wo ihr auch reingekommen seid und bezahlt und könnt gehen. Und, ähm, als kleine Anmerkung vielleicht noch, äh, in Japan gibt man kein Trinkgeld. Also, das, was, äh, dann auf der Speisekarte stand, das ist auch tatsächlich das, was ihr am Ende bezahlt. Ihr müsst nicht irgendwie noch denken, oh, hm, wie viel muss ich jetzt irgendwie noch, äh, an Prozent mit draufgeben, wie das zum Beispiel Nordamerika, ähm, gerne mal so der Fall ist. Ähm, sondern ihr zahlt das einfach und dann könnt ihr gehen. Und wenn ihr dann noch zum Ausdruck bringen wollt, dass es euch gut geschmeckt hat, dann könnt ihr sagen, gochisou-sama deshita. Das war vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig am Anfang. Gochisou-sama deshita. Gochisou-sama deshita. Deshita. Genau. Das heißt, genau, das heißt so viel wie, ähm, ja, so, es war ein, es war ein, äh, ein gutes Mal, danke, hat gut geschmeckt und damit, ähm, genau, könnt ihr einfach zeigen, äh, nochmal ein bisschen, ja, wie man das in Japan eben gern so macht, wirklich diese, äh, Appreciation, wieso, jetzt nicht, nicht deutsch, nicht japanisch, ähm, nur englisch, ähm, eure Dankbarkeit könnt ihr einfach, ähm, dadurch noch den Mitarbeitern mitteilen. Das freuen die sich bestimmt, das in der eigenen Sprache hören zu können. So, so viel also zu einem kleinen Restaurant oder Cafébesuch in Japan. Ähm, da wird es noch, da wird es noch, da wird es noch, ähm, ja, in den Anemies sagt man das oft, dass, äh, wenn man, wenn es einem schmeckt, dass die Anemie-Charaktere, oi shi, sagen, ist das, äh, nur so ein Ausruf, der wirklich eher so, in den Anemies dann verwendet wird, oder sagt man das in einem Restaurant, auch wenn es einem schmeckt, ich, äh, das ist tatsächlich so, dass ich das sehr oft gehört habe, also, äh, und auch selbst gesagt habe, oi shi, ich schreibe es noch mit auf, oi shi, das heißt einfach, lecker. Und, ähm, in Japan kann man oft mit einem, mit einem Adjektiv einfach, ähm, also man muss da keine großartige Grammatik können, sondern man sagt einfach, ah, oi shi, und das ist, ähm, für mich hat das auch immer mit dazugehört, ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs war in Japan, so, dass man sich gegenseitig gezeigt hat, oh, wir haben hier alle eine ganz tolle Zeit zusammen, oder wenn ihr vielleicht mal die Chance habt, einen Homestay oder sowas zu machen und die Leute kochen da für euch, wenn ihr dann sagt, ah, oi shi, da freuen die sich auf jeden Fall. Sugoi. Hm. Hm, so, äh, ich glaub, wir hätten noch, ähm, fünf Minuten oder so, ungefähr. Ähm, jetzt wär natürlich noch die Frage, sind vielleicht Fragen im Chat, oder hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen, oder soll ich noch irgendwelche Tipps geben, so zum Schluss, zum Japanisch lernen, ähm, was meinst du? Ähm, ja, ich, äh, lasse natürlich den Chat auch gerne im Vortrag, also jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, Sensei Karo nach, äh, Fragen stellen zu können, zum Thema Urlaub, und was ihr vielleicht unbedingt für eure erste Japanreise vielleicht wissen wollt, vielleicht auch, ähm, irgendwelche, ähm, Sachen, die so typisch sind, zum Beispiel, ähm, was mich, das hat jetzt nichts mit der Sprache, glaub ich, zu tun, sondern eher, dass man die Schuhe auszieht, im Restaurant, ist das, macht man das doch so, oder macht man das nur in, also im, im Restaurant hab ich das, ähm, das kommt drauf an, also ich war schon, äh, also in, okay, ähm, ich bin noch nie in ein Restaurant gegangen und hab direkt dort die Schuhe auszieht, rausgezogen, aber es gibt so, ähm, bestimmte, ähm, ja, es gibt bestimmte Bereiche manchmal im Restaurant, wo man sich dann auch, ähm, auf den Boden hinsetzt und so weiter, und da hab ich es erlebt, ähm, ja, da ist es tatsächlich üblich, dass man sich da die Schuhe auszieht, oft, wenn man da zum Beispiel auf so, so japanischen Matten sitzt, zum Beispiel. Ah, okay, weil da hab ich dir ja auch eingereicht, da hab ich mal vor, ich ging im Restaurant in Japan und ziehe einfach so vor meine Schuhe auf, und, äh, eigentlich wollen die das gar nicht, okay, das, kein Problem, kein Problem, also es ist, äh, es hilft auch einfach zu schauen, was machen andere Leute, und zwar, was machen die, die Leute, die dort leben zum Beispiel, und dann einfach, okay, wenn, ähm, wenn du jemanden siehst, der reingeht und der zieht nicht die Schuhe aus, okay, dann kannst du das meistens auch selber machen, was vielleicht ganz witzig ist, ähm, ich hab mal, ich war mal Klamotten shoppen in Japan und ich wollte was anprobieren, und, ähm, vor der Umkleide sollte ich die Schuhe ausziehen, und das hab ich nicht gewusst, aber die haben mich dann auch drauf hingewiesen, und es war dann auch kein Problem, also, ähm, solange man nicht mit voller Absicht mit den dreckigen Schuhen überall rumläuft, ähm, ist auch, ist auch kein Problem. Okay, wir haben noch eine Minute, wir haben noch zwei Fragen im Chat gelesen, und, äh, wie, da hat einmal Saichu geschrieben, was heißt, ich liebe dich auf Japanisch? Das, das gängigste ist tatsächlich Suki. Äh, Daisuki? Daisuki ist dann nochmal die stärkere Form, also, ähm, Suki ist quasi, so das Wort für, für Dinge oder Menschen, die man mag, und Dai, äh, das Dai bedeutet quasi, das ist das Zeichen für groß, also, dass es nochmal, äh, mehr mögen, sozusagen. Und Nixo, äh, äh, Nix ohne, fragt, isst man im Restaurant öfter in diesen kleinen privaten Räumen oder eher nichts? Das kommt drauf an, also, das gibt es schon, ich würde jetzt nicht sagen, vor allem, wenn man im Urlaub ist, ist es jetzt nicht unbedingt die, die häufigste Variante, oder wenn jetzt so, einfach ein bisschen durch Tokio oder so spaziert, ähm, aber sowas gibt es auch, zum Beispiel in, in Sushi-Restaurants, das wird dann gerne mal, äh, gebucht für, ja, größere Gruppen oder für Arbeitskollegen und so weiter, genau. Arigato, dann, äh, bedanke mich schon mal herzlich, vielen, vielen Dank, äh, für diese Japanischstunde, ich würde gerne öfter an die Genuss kommen, und Sama, okay, ähm, um mich noch ein bisschen auf den Stand zu halten, Kareemies Sama, vielen, äh, vielen von euch interessiert vielleicht, was als nächstes drankommt an Programmpunkten, ähm, ich weiß, dass manche im Chat auf jeden Fall, äh, in meinen Streams auf den Soko-Kanal öfter schon gesagt haben, dass sie selber musizieren, oder Krach machen, tihisch machen, aber, ähm, ich durfte schon in eure Musik reinspringen, und ihr seid wirklich gut, ähm, aber wie provoziert man eigentlich, ähm, produziert, nicht provoziert, ich glaube, ich mich verhaspelt, produziert man Musik im Internet, hihi, vor allem eigene Cover-Songs, und viele weitere Fragen zu diesem Thema, beantworten nach der Pause, Mena und Taya, im Music Production Panel, aber falls euch das interessiert, solltet ihr unbedingt dranbleiben, und anschließend dürft ihr euch auch über die VTuberin Selfie freuen, die um 20.30 Uhr, weil sich die Arbeit als Synchronsprecherin näher beleuchtet, da bin ich auch schon ganz gespannt, oh, äh, was ist das denn noch, äh, mir wurde dann noch ein Zettel gereicht, äh, anscheinend gibt es genau jetzt, einen weiteren Diddy-Kummi-Stream, äh, auf dem Kanal von meiner Oni-Chan, das Ganze heißt Batsukumi, es gibt dort zwei Hosts, zwei VTuber, und zwei Mates, und keinen drin, na, das hört sich auf jeden Fall sehr mysteriös an, mhm, was das wohl sein mag, also, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne mal auch bei der, warum auch sie mir da vorbei, und, ähm, ja, vielen Dank, und, ähm, bis bald mal, bai bai!